so wie haben wir gesagt ich habe jetzt ein level abgab kam jetzt in forges bauen also oben und da sieht aber was man braucht dafür und ich bin schon beim sammeln also es ist schon mal gut dass die tiere halt gekillt hast und aufhebst hier diese feld naja dass meine zeit okay bin gerade zusammen steine sammeln also sound wieder mal eklig so nächsten level ab krieg ich dann endlich wahrscheinlich endlich auch die dienst freie schalten die stein picke und so stein picke die eisen picke und denke mal dann geht es auch ein bisschen besser mit den abbauen mit den stone so was alles schon mehr holz raus oder so muss man mal schauen das ist nämlich echt mühsam jetzt hier durch zu rennen gerade die ganzen fleischpresser dinos um hier nur stone zu finden ich habe schon wieder los naja warum nicht vielleicht haben wir auch noch genug also wird die nacht überleben und wenn dann habe ich zur not noch meine bärchen aber 125 da jetzt gehen jetzt schimmelt langsam mit mein fleisch weg aber ich muss sehen dass man das irgendwie konserviert halt kühlschrank setzt man selber trinken gehen wenn ich mal hier unten bin dann hier gleich mal ein bisschen stone sammeln wasser liegen ja auch hier noch davon rum und es regnet wieder wie immer naja es ist wirklich wirklich ruhig hier ich muss das behinderte wäre jetzt wenn sie jetzt ganz kompletten server wieder residen ja gut wie sowieso beiden server wechsel machen weil doch mal eher pvp und bisschen action hat aber ja also gut dass wir gleich fieber sammeln das ist so nah e warum muss noch 20 gut und die fälle die dunkelheit ist immer so schön ich muss sie finden auch noch bäume stehen hier rum muss halt bloß vorsichtig sein auf die fleischwasser und die füge und das wurde echt und das ist wirklich ein paar die füge hat auch noch die füge und die füge Das ist wirklich echt ein Kühlschrank. So, was sagt denn jetzt? Jo, dann bauen wir bloß noch jetzt zu Dienst und dann können wir unseren ersten Ofen bauen. Die Stone hätte ich schon wieder eine Mauer bauen können. Und man sieht wieder mal nichts. Guck mal, ob ich hier noch irgendwie eine Fackel einpriege. Was brauchen wir denn? Das kann ich nicht. Ich muss das Feuer machen. Ob ich überhaupt mal was sehe hier. Jetzt müssen wir ein bisschen ein bisschen ... ... ... ... ... ... ... Da kann man jetzt gleich die Oben hier aufbauen. Was ist hier los? Vielleicht immer noch. Ich freu mich, was du dieses Leder braunst. Gut, dann bauen wir mal hier. Kostet Kugel jetzt hier. Oh, da haben wir unseren ersten Ofen. Den haben wir nicht plästig mal da. Dann haben wir unser erstes Metallschmilz. So würde ich sagen, wir können mal Holz sammeln. Also ich denke mal, dass ich Holz brauche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du diese Kohle brauchst. Oh, das ist ja kein Problem. Wir haben ja noch Doppel. Oh, das sieht krass aus. So. Nein. Wollen wir nicht. Oh, 10 Metall haben wir. So. Und weg. Hier auf. So. Wir probieren das erstmal mit Holz. So. Ich denke mal, ich muss Holz reinlegen. Und Eisel. Und dann mal gucken. Also es funktioniert schon mal. Mal gucken. Was da rauskommt. Was da rauskommt. Bin ich gespannt. Da kommt der. Metall Ingott. Schön. So, dann könnte ich's ja gleich mal mit der Kohle probieren. Wenn es doch mit der Kohle klappt. Weil so sparen wir uns ja wieder. Halt. Da machen wir gleich so'n scheiß Bären hier. die sind während es ist auch immer so eine sache hier vor ort ist sowieso vor sich hin mal gucken ob es mit der kohle auch klappt christ kohle raus okay also es brennen tut es weiter wo wenn also es klappt muss mit der kohle mit den holz hat man hier freut also denke ich mal aus der kohle wird wahrscheinlich später auch dieses schießpulver wir haben schon mal metall in gott ist doch auch schon mal gut müsste ich bloß noch ein level abkriegen dass ich dann das werkzeug bauen kann das wäre dann nämlich nicht schlecht dann lass ich mich noch mal ause oder device jetzt los geht's und dann schon mal ein bisschen nachHmm habe ich hier ich bin das du kriegst kann man sagen aus diesem metall sehr wenig raus scheint so also ich finde das einfach schon wieder dreckig aber naja gut zehn metall fünf dinger besser als die angst dann haben wir schon mit teil dann würde ich sagen wenn es hell ist fahre mich dann noch mal versuchen noch ein bisschen mit teilbruch sowieso stone um halt genau weiterzubauen aber worum bin ich immer noch so schwer reich mich aber ich hab ziemlich viel fieber oder draußen geht langsam mit fackeln aus können wir hier mal gleich noch ein bisschen nachlegen nachlegen also weiß es jetzt hast du und fahren gehen berge ganz wester und jetzt im einen sturm ist da ja man hat eine schöne aussicht von hier muss ich sagen dem mond herunter geht schon wieder perfekte location hier ja ich habe gerade mein handy müssen aufladen ich habe es auch keine lust hier diese staunen hier immer laufen zu farmen um zu rennen entleuchtet wieder was wir können ja mal hin also ich denke mal nicht dass ich gleich jetzt die verrecke aus der kaputt gehen scheiß ein t-rex getaucht oder irgendwelchen anderen großen fleischfresser weil er wird man aus mir sahne machen ein bisschen bei sehen wir wie meine hat vor allem nicht sie ist ich habe ein bisschen angst können wir schon eine torsche ich habe mich zum glück da hinten jetzt nicht gesehen hoffentlich wir werden jetzt hier gerade mit einer nachdenkung und ich bin doch schon ein bisschen bisschen ängstlich so die grillen die grillen schon jetzt sieht man doch wenigstens ein bisschen weit hier ach der macht auch in angst so hier hinten wartet wenn es licht das scheint weg zu sehen aber eine schöne aussicht von hier oben hat man hat sich eher schon was aufgebaut irgendwie die nüsse zu fangen ich bin schon die wird schon wieder wo wir bald mal wieder so dienst bauen dass ich was zum trinken auch ja ich weiß doch was passiert wenn man mit der fackel im wasser läuft da bin ich jetzt um mich an dieser aus eigentlich wie sie gehen sollte oder geht sie nicht aus da bin ich jetzt auch mal ein bisschen fraglich das tut weh oh shit ja ja wenn das nicht weht wie es wollen vier minuten naja das geht ja noch aber ist der noch immer noch da ich bin da jetzt den berg unter hier flutscht schöner sprung ok ja ja stelle war auch markiert dass die raptoren da jetzt wechseln aber ein schöner sprung den da da so haben wir alles drin das verziehen wir uns erstmal das war jetzt echt amüsant aber wir leben noch cool, wir können jetzt vielleicht mit Doppelklick run setzen das ist schon mal cool wir brauchen unbedingt noch Metall bevor ich Level abhaube ich schreibe mir ob ich mehr Pflint kriege als down so sieht es nämlich gerade aus und 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 eine höhle habe ich auch noch nicht gefunden kann man so sagen da soll es ja auch noch mal ordentlich metall rauskriegen und seien sechs stück auf der insel rumspüren ganz komischen eingang wenn man noch nicht den level ab oder so hat da würde ich mir auch dann noch überlegen ob ich mal auf das gruppe aber verreckt es ja hier schneller als gottes weiß ich nicht alles die steine ein steil irgendwo um großer stein oder ressourcenfeld aber ich frag mich wie kannst du auch die steine klopfen mit der hand jetzt hier ohne schöne lange pipe gebaut war es ist ja auch noch anwesen helden oder talent hier gibt es auch ordentlich fleischfresser jetzt nicht wird hier werden sollte jetzt im kühlschrank er ist sogar offen warum ich beklau keine menschen mache ich nicht oder das unlustige systeme überhaupt war naja warum nicht ist doch noch mal jetzt eigentlich mit bei 63 könnte ich hier schon gerne mauer bauen wo sind die jetzt da ein bisschen gut ja nicht mal nicht so sehr klapp ich wieder hier ab oder neuer arsch machte das eigentlich nur um den scheiß level abzukriegen dass er in die serie dass ich ein bisschen mehr metall zusammenkriege kommt mir sowieso an kann ich den kühlschrank verbauen ich bin mal da auch neugierig oder kann ich den schon bauen da ist er neuen dinge aber auch dafür ok frage ich mich was für was brauche ich den hut hier noch und den scheiß ohne cloud als inventar platz so haben wir jetzt mal wieder ein bisschen warum hat der kreis hinterher oder stehe ich nicht das ist das ist das ist also mit metall sieht es wirklich echt gerade ein bisschen mies aus da hätte man jetzt im dino stehen müssen und alle hier springt mir nicht runter hier ist es da und haben wir da können wir noch mal in der bau schon mal wieder zwei mauerstücke und klar wie es immer ist man hat dust ist schön co2 flasche könnte ich auch mal erhöhen bisschen wahrscheinlich mal mehr luft habe hätte man die fackeln ausmachen können aber ich war ja nicht da ja so sieht schon mal langsam aussieht ein bisschen beschissen aus finde ich weil ja hier sagt ich richtig hochbauen kann aber heute soll es man muss dadurch mit level ab lässt sich wieder auf sich warten heißt es wie gesagt eine wunderschöne hohe ecke mit vier dinos warum trotz ins baum hat sich mal angepasst ich bin es da und so und 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 da gleich unterwegs ein bisschen fieber sammeln ich denke mal nicht dass du jetzt nur ein komischer berg bist ich denke mal nicht dass du jetzt nur ein komischer berg bist malzeit ja der ist jetzt einfach nur loben finde ich so geil ich stecke mal wunderschöne und ich es ist noch sehr 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 Vielen Dank. Ich frage mich mal, ob ich den Film auch einschmelzen kann. Nein, das ist ein Scherz. Nein. Ich brauche ein Holz. Gut. Nein, das ist ein Scherz. Wom geht das jetzt nicht? Nein. Oh, was ist denn so? Wie waren wir denn eigentlich schon? 60. Da könnten wir ja eigentlich schon wieder eine Mauer bauen. Wood fehlt wieder. Wood. Wood. Das war's. Wohin hatte ich übelst viel Fieber, ja jetzt verstehe ich das nicht. Na gut, ich brauche das für den scheiß Ofen. Ach, warum sammle ich einen Fieber? Nein, nur mehr, da bin ich bescheuert, Leute. Und wenn man jetzt vielleicht auch etwas war, weg. Und wieder eine Mauer bauen. Und wieder Wood und Stone. Was man nicht alles braucht. Und Level Up lässt sich tropfen halten. Und wieder. Und wieder. wie die steine war viel zu bei der gegenklopfen man denkt man sich auch man über ihr port ist ja ja scheiß mal fest ich mal aus mal wieder ich glaube ich mache den auch hier platt und 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 Ein bisschen Wut. Jetzt haben wir wieder zwei Mauerstücke. Alter, der hat mich erschreckt, Alter. Oh, ich bin schon wieder ignoriert. Aber die können wir überleben weiter. Da hat er noch ein paar Böhmchen mit hier. Da wird man noch eine gute Mauer. Teilbohr. Einer springt hier runter. Heute ziehen wir dritte Mauer-Teile. Okay, wir wollen noch davon noch malen. Da haben wir noch ein bisschen Stown. Eigentlich könnte ich doch eigentlich Bären essen, ne? Das ist eigentlich reichen. Ja, nehme ich auf, was... Ja. Wieso mit Fieber? Ja, ja. Du hast mich nicht gesehen. Der hätte durchlässig gebaut. Oh, jetzt geht's noch mal. Oh, jetzt geht's noch mal. Oh, come on. Oh, jetzt geht's noch mal. Oh, jetzt geht's noch mal. Ja, Pups mal um. Ja, Pups mal um. Den ist wieder so ein Lichtding. Oh, was hab ich denn da? Oh, Mann. Da. Oh, was hab ich denn da? Oh, was hab ich denn da? Oho, die Kartoffeln oder sowas. kann ich auch wieder benutzen falls man da bin sollte da haben wir das ja schon wieder so weit die man erst mal aufgeteilt sieht ein bisschen scheiße aus aber ich sehe trotzdem noch was da durch die jute und habe immer noch keine ich jetzt noch was trinken immer her mein süßer ich war das mit anstatt wegen dass wir schützen alter hat er mich erschreckt da hat er mich erschreckt jetzt echt wo kommt denn der her da hätte ich mir jetzt mal jetzt ein kumpelbeschütz naja warum nicht wieder fleisch fieber könnte ich erst mal weggelegen jetzt soll ich habe erstmal davon genug jetzt mal wieder wie viele schlechte zeiten seiten da kann man auch mal hier was essen das heißt jetzt eigentlich weiter bauen ja ja ich muss ja mir noch so eine dino ding wo parken kann und über den würde ich hier mehr erbauen dann dass meine hauswängsten geschützt ist aber ich muss mir auch so eine tür bauen da hinten ist wieder so ein grünes leuchtiges bums da gucken da haben sie ja auch jetzt wieder fleisch da rand schon wieder fleisch rum dann kann ich nicht öffnen schade naja jetzt heißt sie wieder sammeln sammeln malzeit unbedingt die stelle Ja, 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 ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt wisst ihr, dass hier ordentlich Futter rumliegt? Das war jetzt schon wieder fast voll. So, jetzt habt ihr mein Fleisch. Oh, ich hab den Fieber jetzt hingelegt. Dürft ihr aber nichts müssen? Nö. Eigentlich dürft ihr auch nicht hier durchregen. Ja. Es wird wieder dunkel. 84 Fieber, Hammer. Ja. Oh, der braucht immer mehr. Ja. Da kommt wieder bis zu vorn. Ja. Mal sehen, wie wir das machen am besten. Hochbauen kann ich nicht. Das ist ja auch praktisch, ne? Du kannst es da nicht ranbauen und nicht hochbauen. Das ist scheiße gemacht. Das ist mies. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh, jetzt kann ich den komischerweise benutzen. Können wir ja mal mitnehmen. Können wir auch mitnehmen. Oh, das ist so richtig. Brauchen kann ich das ohne. Okay. 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 Mann, heute ist aber ein richtiger Wind hier, wa? So, mal gucken, ob ich jetzt war die Gefahr. Ah, bleibt mir ja eine Stange durch. Das hier soll zu bauen. Leider. So, wir haben ja noch ein paar Kissen. Ja. Und die Dinger bekommen. Können wir den hier gleich mal heranpflanzen. Und den zweiten. Das wird nicht. Wow. Ja. Gut. Wollen wir mal die Punkte mal aus. Ah. Ah. Wahnsinn. Ah. 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 kann man ja nicht und dann ist es dauer unterwegs müssen sammeln muss halt immer mal gucken ob die wirklich aktiviert sind oder ob man ich hätte oder jetzt bitte nicht ich glaube hat sich jedes spiel nein das hat sich nicht aufgehauen ein leider kann ich ihn nicht benutzen naja versuchst was wer aber ich hab du es ja ich weiß dass du bewusst hast und 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 Das sieht aus wie ein Raptor oder sowas, ne? Was ist denn ein Raptor? Ich geh dir nicht hier trocken Danke Danke Ich hab nichts zum Trinken, das ist es ja Ich muss nicht wieder wach werden Das ist ein Maler Raptor, ja? Du bist hier nicht tot Schon wieder? Kommen wir mal jetzt so hoch hier Was ist denn der? Was ist denn da? oh man das war jetzt echt wieder mal sowas von knappe kacke ja ja du mir naja wenigstens noch ein bisschen fleisch von eben bekommen deswegen wird man überall aus seiner augen brett auf hier ein du sollst er gibt es doch gar nicht immer ein schmack du machst doppelklick aber dann scheiße meine bude ja stelle konnte ich jetzt nicht großartig sammeln ich bin lustig das ist das ist die das ist die ich bin lustig gel es zieht sich wirklich denn also ist eklig wenn du aber ein kass das war nicht so ein haktor die ich mir jetzt folgt ja 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 Da ist es so. man sieht ja wie er mal nicht immer so mann hier geläutet Oh, das haben wir wenigstens. Ach so. Oh. So an. Die AD sagt jetzt auch Fernseiz. Keiner. So. Ja, vielen Baumann. Hören wir mal. Gucken wir mal jetzt an was. Gucken wir mal jetzt so. Jetzt wollen wir mal irgendwie was bauen. Die nur Glas bauen wir auch jetzt mal hier noch nicht. Und das Ding wohne ich. Geht nicht. Und. Und. Das sieht ja auch so aus, ob da hinten was leuchtet. Ne. Ne. Wut lange wieder hin. Ne. 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 3 und selbst das ja alles um die irgendwo gleich halt bloß dass er vielleicht mal von namen anders heißen oder anders umschrieben wird so mit hotel wir brauchen das bauen weiß ich nicht bei uns dauernd werde es hört sich immer so ein man gebe misst ja falls es wirklich klappt dass ich bei beiden bei gute freunde mitspielen kann dann heißt es wieder von vorne anfangen aber das mit dem mühe wert weil das spiel macht einfach nur spaß irgendwo mit dem sauber warum nicht naja es kommt jetzt muss auch aus dem jubelsi park ist klar ich könnte den da hinten öffnen aber das ist so weit entfernt vielleicht auch nur scheiße wieder so müsste ich erst mal genug ist dauernd haben so so boot boot ich stehe gerade vor mir man geht mir gut Level Up, die dauern wirklich dann manchmal kommt mir schon so vor übelst lange da bin ich ja gerade bei 2000 nicht schon das zieht es sich hin also ich müsste das hinten machen wissen, dass du 10 Punkte dann kriegst wenn du irgendwas kräftest dann so 15 wenn du kräftest dann halt das dauert dann zu lange krass ja eigentlich irgendwo rumstehen finde ich auf einer Seite so nicht nur nochmal ein bisschen Stone sammeln da kriegen wir dann gleich mal zu viel Steinmauern hin jetzt sieht man oben ein bisschen verirrt der Raptor da oder ist der kleine wieder sieht aus wie der Kähner ich war mal wichtig weil jetzt sieht man hier so eine weiß ich nicht glaube ich mal der hat mich nämlich schon beobachtet so 77 da brauchen wir mal noch drei davon dann könnten wir wahrscheinlich schon wieder zwei Mauern bauen mit 40 brauchst du ja gut da geht auch schon wieder zum Neiger halt wirst du einmal einmal ist das alles gleich mit einem Schlaf weg nein und dann haben wir schon mal 83 ist da unten wir können immer noch keine Baum dann jumpt ihr noch rum und dann ist kapatt Weil die letzte Palme hier rumsteht, muss ich mir eine neue Palme suchen. Wird er jetzt wieder vom Baum? Ja, kann man. Schön. So, wir geteilt haben. Er nimmt auch langsam mal ein bisschen Form an. Sieht auch schon viel schöner aus. Muss ich sagen. So, wo klatschen wir die hin? Da. So. Das ist aber eine ziemliche Erhöhung hier, ne? Aber man kann hier dann hier so rauf. So, man fährt sogar runter. Ja, hier könnte ich nochmal so eine hochgehdings bauen. Ah, man fährt hier runter. Wieso müsste ich noch eine Steigerung rum bauen? Ach ja, könnte man die Fackeln ausmachen. Aber ich glaube, ich habe hier so viel Holz, dass ich sie voll ballern kann. Aber das ist halt nicht. So. Es wird noch sechs, sechs Dinger, dann habe ich das auch geschafft. Das ist 26 Grad draußen. Und ist gut noch heißer. Mach den B wieder leiser. Nein. Oh, dann wollen wir nochmal ein bisschen Stone finden. Jetzt müssen wir uns neue Dings bauen. Hallo, jetzt mach ein Level ab hier. Ach ja. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Das ist wohl noch warm. So. Ich würde mal gerne mal das erhöhen hier. So. 23 Dinger haben wir. Jetzt bin ich hier spannend. Ich kann sie immer noch nicht bauen. Ich muss da Level 25 werden. Äh, es ist doch ja auch nicht. Doch bei Ebola. Nun, dann würde ich sagen, dann baue ich erstmal den Kühlschrank. Das ist ein Dino-Tor. Das könnte man auch schon mal erforschen. Also heißt es dann noch ein bisschen warten. Leider. Und die, dass ich da meine Metall, mit Stahl travail, bblblblblblbl bblblblblblblblblblblbl. Bauen kann. Sooo, da brauchsts down. wie es um wie heißt gerade wieder mal servier mal ein heißer sommer das ist das bei unserem haben wir nämlich auch schon mal ein kühlschrank wo unser flechern legen können ganz viel ist da. Alter. Seht ihr, was ich gerade sehe? Ihr seht bestimmt das gleiche wie ich gerade. Krasse Kacke. Da war echt gerade, also ich glaube, dass das ein T-Rex war. Es hat sich echt ein T-Rex hier verirrt. Ein Raptor kann das nicht sein. Komm mir bitte nicht näher. Wo ist das ein Dreihorn? Da hat ein Horn drin. Wow. Krasse Kacke. Ich hoffe nicht, dass der mich jetzt hier noch hier besuchen kommt in mein Häuschen, weil der kann ein ganzes Haus zerlegen, wenn er möchte. Krasse. Ist der noch nicht ersoffen da? Ich will jetzt auch nicht Bekanntschaft machen mit dem. Auf einer Seite. Ich wollte schon immer ein T-Rex sehen hier. Und jetzt segnen. Das erste Mal. Leider nicht gezähmt. Aber der Wahnsinn. Das ist einer. Das ist ein Dreihorn. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Der schwimmt so ja noch hinter mir. Der. Hat er keine anderen Hobbys? Shit. Dann können wir sich den da holen. Aber nicht mich. Ja, hol ich den da. Boah, meine Fresse. Warum bist du außerrechnet nicht? Also, krasse Kacke. Okay, der hat sich jetzt mal für den Stack da unten entschieden. Scheiße. Dann guten Appetit. Aber ich verziehe mich erst mal um meine Hütte. Das ist... Das glaube ich war halt schon ein Zweihorn oder so. Alter. Boah. Da geht mir echt die Pumpe. Oh, toll. Also, ihr habt es gesehen. Der schwimmt hier sogar noch hinterher. Also, krasse Kacke. Also, ich glaube, der hat sich wirklich echt verlaufen. Ah, Jona. So. Jo, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal die Folge bis zum Ende. Und wir sehen uns heute Abend vielleicht wieder. Also, dann bis zum Ende. Bis zum Ende. Dan Abschluss. Untertitelung des ZDF, 2020